Mr. Jack Ice, Tobias Street, 17, London Es ist meine traurige Aufgabe, Ihnen mitzuteilen, dass seine Lordschaft Sir Charles August Everton am vergangenen Mittwochnachmittag unerwartet verstorben ist. Diese Umstände machen es notwendig, dass sie sich am 13. dieses Monats auf Everton Island einfinden, um an der von mir zu vollstreckenden Testamentseröffnung teilzunehmen. Von Paddington aus fährt vormittags ein Zug, der sie binnen weniger Stunden nach Cornwall bringt. Im Hafen von Lans End werden sie von einem Schiffer namens Blyton in Empfang genommen, der sie mit seinem Boot zur Insel übersetzen wird. Ich freue mich schon darauf, Sie persönlich kennenzulernen und verbleibe bis dahin in freudiger Erwartung. Hochachtungsvoll, Frederick Pendergast. Hochachtungsvoll, Götter, 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 Göt Untertitelung des ZDF, 2020